Hallo, herzlich willkommen bei der Firma O-Pet. Mein Name ist Ina, schön, dass du da bist. Ich möchte dir heute ein bisschen die O-Pet zeigen. Wenn du dich einmal nach hinten drehst, siehst du unseren ersten Medizinpark. Da sind wir 2007 hingezogen. Hinter mir befindet sich der Medizinpark 2. Der wurde Mitte dieses Jahres eröffnet. Hier haben bis zu 150 Mitarbeiter Platz. Ein großer Punkt, der der O-Pet wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit. Deshalb bereiten wir die Produkte auf. Und das möchte ich dir heute ein bisschen näher zeigen. Komm einfach mit. Hier sind wir in der Warenannahme. Hier werden täglich 600 bis 800 Pakete angeliefert. Hallo Markus. Hi, herzlich willkommen. Markus hat die Pakete dabei, die wir uns jetzt genauer anschauen. Hinter dir befinden sich meine Kollegen, die die Pakete auspacken. Die Kartenagen werden gesaltet und recycelt. Alle anderen Teile, die direkt am Patientenkörper dran waren, werden entsorgt. Alles andere wird aufbereitet. Jetzt zeige ich dir, wie das geht. Neben mir seht ihr die Kollegen, die die Produkte ins Einzelne auseinander zerlegen. Anschließend werden sie auf Waschkörbe gesteckt und in einen großen Wagen, wie ihr auf der Seite sehen könnt, in die Waschmaschine gefahren. Dort werden sie ca. 45 Minuten bei 60 Grad in einem speziellen Mittel gewaschen. Zur Orientierung findet ihr hinter mir die Waschmaschine. Wenn die Waschmaschine fertig ist, werden die Einzelteile viel zu den Kollegen gebracht. Die Kollegen sehen sich die Einzelteile an und bereiten sie dementsprechend nochmal auf. Im Durchschnitt sagt man, dass jedes Teil ca. 5 Mal im Inlauf ist. Anschließend werden die aufbereiteten Teile zum Akaden weitergeliefert. Dort werden sie dann zum fertigen Produkt zusammengebaut. Ja, das war's auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast jetzt einen guten Einblick in unsere Aufbereitung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald! Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.